Liebe Mitmenschen, dieser Lauf setzt sich für Frieden und Freiheit ein. Lasst uns zur Schaffung von Frieden Diplomaten entsenken, statt Waffen zu liefern. Und zur Sicherung der Freiheit hierzulande die Grundrechte aller Schützen. Auch vor dem geplanten EU- und WHO-Impfzwang. Alle Menschen, die für Frieden und verantwortungsvolle Freiheit stehen, sind gleichwohl eingeladen. ... ... wird es schaffendiert. Haltengeina. Wir haben es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018